Guten Morgen liebe YouTube-Freunde, mein Salzkartoffelfeld, Sorte Agria, jetzt blühen sie. Und was ich noch zeigen wollte, habe ja gespritzt mit Sofa-HD, ist ein öliges Produkt, damit da die Blattlöse nicht stechen. Und jetzt hat es geregnet und man sieht, wie das da so Wassertropfen gibt, das Blatt ist leicht ölig.